Übrigens, ich bin in Silvester auch in Berlin. Oh mein Gott! Abbi, Abbi, Abbi! So, wir gehen jetzt zum Vapiano. Ah, Vapiano. Ah, Vapiano. Bro, das ist crazy. Trusted, das Ding hier mitgenommen. Arne Taville ist gleich das Krankenbiet. Das sieht ja erwachsen aus, Bruder. Bruder! Das ist verriegt. Guck mal, wie du auf was du hinaus willst wieder. Das ist wirklich verrückt. Ich komme mir an, ich sehe immer noch dieses Sujuk-Toast hier. Also das ist wirklich, das ist über eine Woche lang hier. Und dann gibt ein Loco-Chicken. Die Chicken! Und ich sage dir jetzt ein Fact, John. Ich war das dickste Kind, was geboren wurde im Berliner Charité. Das dickste? Ja. Weltrekord? Ja. Metro, 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 up on the bitch in the retro, up on the range in the range rover, up on the range in the range rover. Yeah, alles abgedeckt. Das ist krank. Wie, Party Mix weg? Okay, was soll ich jetzt sagen? Sidney, was hast du gemacht, Lan? Man denkt, wir rauben das Ding hier aus, ne? Das ist ein Überfall an der Seiten hier. Also, ob wir das sagen, geht nicht. Ungefähr fünf schwarze und rot. Das Alarmanlager an und wir haben in ein scheiß Van da vollgeparkt jetzt. Das ist crazy. Das ist verrückt. Bei uns zwei hab ich am spätesten angefangen zu essen. Ja, Bruder, du bist auch ein Fettsack. Nee, wir sind alle voll Ding... Ja, ihr isst nicht, wie ich isst. Deine tiefe Stimme. Was machst du da? Ja, ja, nimm mein Geld, nimm alles, Bruder, nimm alles. Warte mal, du gehst auf Toilette, obwohl du nicht kacken musst. Ich wollte einfach da sitzen und kacken, das Geile. Ticker, hä? Oh, na. Ich hab Angst. Tschüss. Tschüss. Erst ihr kleinen Hunde, alle nach hinten. Ich bin ein Peach, wenn ich stehe, ich bin ein Peach. Alle nach hinten. Bruder, sagst du gerade zu mir, ich bin ein Doppel? Bruder, du bist ein Gleiches. Ja, ja, safe. Geil. Hey, 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 hey. Bruder, mit der Typ. 5.44 Uhr, denk mal, kracht's wirklich aus allen Ecken. Der Verlierer kriegt keine Decke, weil wir nur drei Decken haben. Bitte. Bei denen kommt, ne? Ja, keine Decke, du Hund. Nimm Socke von Kato. Die Deckwiesen. So. Bruder, man denkt, diese Decke ist ein Handtuch bei ihm, ne? Ey, bevor ich euch einen Dicht ziehen, oder wie? Gibt's hier, was ich meine? Was, ihr habt mit? Der Karte. Der hat hier einfach Olivenöl drin, weil er hier immer wichst, Digga. Nein. Ey. Sitt, ey. Digga, dein Schwanz riecht einfach nach... Gebranzen lassen. Bruder, einfach nach Schien nachfahren, ist sein Schwanz. Ja, ich will. Ja, Olivenöl riecht gut. Einer kommt gerade zu hoch. Können wir ein Bild machen? Die machen ein Bild zusammen. Er hat so, ich smog die gerade ein. Er sagt so, nein, nein, nein. Er sagt, du? Er sagt, nein, nein, hab momentan nicht so viel Geld. Ich such hier gerade einen, wo ich vielleicht noch ein bisschen mitrauchen kann. So letzten Hit oder so. Er hat gesagt, das ist meine Community. Das ist meine Community. Das sind meine Zuschauer. Das eigentlich kann ich einen letzten Hit noch bei Roat mitmachen. Ja, wäre so geil. Ich hoffe, deine Resten rauchen. So sieht das Endprodukt aus. Liebstes auf mich zu warten, wenn ich Hade mache. Ich hoffe, er scheiß dreinig ist. Wir müssen oft Hade machen gehen, Bro. Lassen wir echt immer zusammen Hade machen. Sie sieht low-key aus wie Asiaten. Ich weiß, ob es ein Kompliment ist, aber... Ich will ihn noch nicht. Ich und Adam haben einen neuen Shake. Zack. Yes, sir. Der ist crazy. Der ist krass. So in der Öffentlichkeit, beziehungsweise wenn es irgendjemand sieht oder Sonstiges ist ab 7. Ab 7 von 10, sage ich, kann man reden, kann man sich unterhalten. Und dann geht es halt immer weiter runter, sobald der Pegel fällt. So, ich sage, mit Pegel 6, absolute Absturz eine 5. Und dann geht es immer noch dieses, ob mich jemand sieht. Also jetzt als Beispiel, das ist mein Zuhause. Ja. Ich laufe. Ja. Und hier steht eine Dame. Ja. Die kommt zu mir und sagt, darf ich mitkommen? Ja. Und keiner sieht es. Ich sehe, hier ist niemand. Und ich bin allein zu Hause. Ja. Dann wird es auch eine 2 von 10. Das ist krank. Einer ist richtig am Kochen. Was ist denn? Bitte, Digga. Hast du das mitgebracht? Wie viele Chancen hast du? Ja, das ist jetzt Spanisch hier. Das ist für die Bitches, weißt du, so, so. Aber... Er sagt so, ich mache gerade Spanisch. Das ist ein bisschen für die Bitches. Wollen wir mit anderen aus? Seid ihr spiel für mich? Beider, Beider. Beider, Beider, Marina. Ihr habt drauf gewartet. Ihr dachtet, es kommt kein Content aus Silvester. Aber Rohes mit dem geheimen Vlog. Und keiner weiß davon. Ich stimme euch ein bisschen mit. Ich zeige euch ein paar Sachen, wie es abgeht. Der geheime Vlog. Wollen wir, dass Berlin sich das sehen? Guck mal, guck mal. Sagt niemandem was davor. Niemand weiß, dass ich filme. Aber es ist der geheime Vlog. Und hier ist kein Alkohol drin. Ja, ja, ja. Der macht gar nichts. Der schweigt noch, das muss nicht. Ja, ja, ja. Einer hat wieder übertrieben. Bruder, alles gut. Ihr habt alle da so gekostet. Was hast du gesagt? Ihr habt alle da so gekostet. Seid mich. Ich war kackt. Warte. Nein, die schwarze Kacke. Oder was ist das? Was? Der geheime Vlog geht weiter, Freunde. Meli übernimmt jetzt den Vlog. Ich habe sie eingestellt. Yes, wird's gut. Ich habe sie eingestellt. Ah, ja. Ich habe sie eingestellt. Ich habe sie eingestellt. Ich habe sie eingestellt. Großes neues Jahr, meine lieben Freunde. 2023 war crazy. Aber 2024 wird noch heftiger. Mein Bruder, ey, Don. Ey. Dieser Kanal, Rohatz, ist nicht mein Kanal, sondern Dorian und mein Kanal. Dieser Kanal ist richtig hittig. Dieser Kanal würde niemals zustande kommen ohne Dorian seine Leistung. Und das würde ich gestalten. Ich will, dass ihr diesen Kanal anders seht, als wäre es nicht nur mein Kanal, sondern auch der Kanal von Dorian. Also, da bin ich Dorian in die Kommentare. Ich habe Mitte Mitte EU seit zwei Jahren zusammen und ich kann mir keinen besseren Cut auch vorstellen als ihn. Und ich liebe diesen Typen. Der Mann trifft zu 100 Prozent das, was ich erreichen will. Die sind beide jung und werden noch lange auf YouTube bleiben, lange auf YouTube das Ding durchziehen. Deswegen, da bin ich Dorian an der Stelle. Ich hoffe, eure Familie bleibt gesund. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, denn das ist das Wichtigste, Freunde. Elders Arms, Daniel, Slump. Dachte sich, der macht seinen Song an. Slump ist ab. Ich rolle in der Klub mit der germanischen Mannschaft. Seitdem sind die Boxen kaputt. Oh mein Gott! Ich glaube, da ist was! Weißt du, wie du gehst? Verbesser dich. Änder dich. Wie? Mit deinem Gang. Warum liebes dich? Das nervt. Ich sehe dich. Ich denke, du hast in die Hose kaputt. Bro, ich laufe nicht so. Als hättest du Rasiermesser unter deinen Achseln, unter deinen Eiern. Was soll das? Aranje. Gott hat sich einfach zu euch geschickt. Bala, was? Komm raus. Was? Komm raus. Oh mein Gott! Abi, Abi, Abi. Abi, 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 Abi. Abi, 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 Abi. Abi, Abi, Abi. Es war Elders. Abi, Abi, Abi. Komm her, komm her. EDIF-OLEVEN-ELDOS. Oh mein Gott! Der Schmalle! Der Schmalle! Was? Der Schmalle? Der Schmalle! Der Schmalle! Sag doch mal. Der Gründe! Was? Was? Mhm. Jetzt guckt euch dieses Strap aus. 100 Euro, wenn du Atem zum Ausrasten bist. Nein. Adam hat auf dieser Latte zwei Tage gepimpt, der hat gesagt, original jeden Tag ist er aufgewacht und seine Hände waren taub.